Fällt es euch auch manchmal schwer, den Überblick über euer Geld zu behalten? Ich habe was cooles gefunden, das mich entspannt in den Tag hineinleben lässt. Ich bin Laura und dank Finanzblick habe ich meine Ausgaben immer im Griff. Monatlich werden Höchstbeträge für verschiedene Bereiche festgelegt, zum Beispiel für das Arbeitsessen. Finanzblick hilft mir aber nicht nur den Überblick zu behalten, sondern auch zu sparen. Den Gutschein bezahle ich sicher und bequem mit Finanzblick und der Weg zum Restaurant wird mir auch direkt angezeigt. Dank des Funkchips weiß der Kellner sofort, was ich bestellt habe. Und beim Check-in habe ich gerade ordentlich Statuspunkte gesammelt. Mit Finanzblick halte ich ständig Kontakt zu meinen Freunden. Durch Berührung der beiden Handys wurde die Rechnung bezahlt. Und mein Gutschein wurde dabei automatisch verrechnet. Wenn ich möchte, kann ich mir meine Lieblingsangebote, die auf dem Weg liegen, anzeigen lassen. Und wenn die Zeit mal wieder knapp wird, dann hilft mir der QR-Code. Und wenn die Zeit mal wieder knapp wird, dann hilft mir der QR-Code. Wow, mit der eingebauten Augmented-Reality-Funktion kann ich sofort sehen, ob mir der Schuh auch steht. Ein echtes Schnäppchen. Es gibt ihn nirgendwo günstiger. Am Monatsende weiß ich mit Finanzblick ganz genau, wie viel ich ausgegeben habe. Und viel wichtiger, wie viel ich noch übrig habe und kann gut gelaunt ausgehen.